Medialität beschreibt die Fähigkeit eines Individuums, zum Medium zu werden, das heißt also, etwas durch sich hindurch sprechen zu lassen. Manche Menschen haben eine hohe Medialität, das heißt, sie können sich auf Feinstoffwesen einstimmen, Verstorbene oder auch Naturwesen, Naturgeister können sich durch sie manifestieren. Manchmal spricht man auch jede Form von subtilem Wahrnehmungsvermögen, als Medialität, Medialität, also die Fähigkeit als Medium, also als Mittel, als Kanal zu dienen.